Ich muss dir schreiben, lieber. Mein Herz hält das Schweigen gegen dich nicht länger aus. Nur noch einmal lass meine Empfindung sprechen von dir. Sie ist schön wie ein Engel, ein zartes, geistig himmlisch reizendes Gesicht. Ferne ist ja eigentlich auch kurz. Ferne, okay, nicht? Ferne, ferne, so, die ferne, dann haben sie gedacht, ferne. Sie hat gehört, wie sie es vorgemacht hat, weil in dem Ferne, da ist es ferne. Also manche Leute haben das ja nicht, was sie hat. Sie ist kräftig von innen und sehr interessiert. Diese Aufbrüche, dass er unruhig wurde, man weiß gar nicht immer, was für Gründe das letztlich waren. Und diese plötzlichen Aufbrüche, die gab es, glaube ich, in seinem Leben immer. Ich denke manchmal, Hölderlin war nicht verrückt. Er hat das nur nicht mehr ausgehalten. Die Ideen des Lebens sind verschieden.